Lass uns mal aufpassen, was wir sagen, ne? Jetzt wollen wir kein Scheiß mehr labern. Achso, können wir ruhig labern? Nein, das ist ja eine gute Idee. Wir schneiden ja alles raus, was scheiße ist. Also fassen wir alles. Läuft? Ich weiß nicht, warum ich stehen soll. Quer kann er auch. Bumms über den Körb drüber. Wie darfst du denn da ran? Jetzt machen wir das. Willst du es mal ran oder wie? War das gehört? Mein Name ist Maximilian Götz. Und mein Name ist Matthias Malmedy. Und zusammen testen wir die Nova C-Klasse Family. Das habe ich noch nie gesehen, so nah da ran zu fahren. Sag es eigentlich zu der Farbe. Rot ist der. Ja, wir fahren jetzt den Navi mal entlang. Wir müssen weiter. Links. Das war falsch. Ach, hier rechts. Ja. Das ist Julia Zintrot. Julia Zintrot. Julia Zintrot. Julia Zint. Julia Zint. Julia Zintrot heißt das. Julia Zint. Komm, wir machen mal zusammen den D rein. Wir haben zusammen den D eingelegt. Demnächst live auf YouTube. Live? Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Das Windshot funktioniert super. Also, halbwegs zumindest. Tschüss. Servus. Servus. Für Zinten? Hast du der Farbe noch nicht für Zinten gekauft? Nein. Solltest du mal. Okay. Wow. Wie fest ein Zentimeter in die Reifung ran ist. Ist das hier ein Schiebedach? Ein Schiebedach. Der ist da schön vorsichtig, ne? Das kann Schiebedach. Hat er nichts gewusst? Er hat eine Kamera? Warte. 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 Fast ein Race starten. Ich hab mal passiert. Da rechts ist die Dampf, Leute. Wollte ich dich da rauslassen? So. Milch? Warte, warte, warte. Da freut sich der Cutter. Sorry. Schnitzelgasse starten. Schnitzelgasse? Ich hab Hunger. Ich glaub, wir fahren erst in die Schnitzelgasse. In die Schnitzelgasse und danach noch über die Schinkenstraße in den Donutplatzverkehr. Was die Cutter damit zu tun hat, ne? Das seht ihr, wenn ihr einschaltet, das Licht angeht. Genau. Die Schnitzelgericht. Nichts, ich habe noch gesagt, du bist nicht zu tun, jten. Ben für dich.